Helmut Wanner hat mich nicht einfach stehen lassen. Nein, er hat mich in die fröhliche Türkenstraße geschickt. Noch so ein Fund. Schief, nicht schnurgerade! Grüß Gott! Hallo! Dürfte ich mich bei Ihnen umschauen? Ja, gerne. Der Laden von Hans Weger. Herr Weger, Sie haben ja tolle Sachen hier. Unglaublich. Dankeschön. Den werde ich jetzt gleich mal probieren hier. Ja, sitzen Sie immer noch drauf. Und was wird das? Das wird ein Holzkorb, also für Kaminbrennholz. Das wird ganz was Stabiles. Wie lange brauchen Sie dafür? Circa 10 Stunden. Das ist ja schon eine ganz schön harte Arbeit. Weil so einfach lassen Sie sich auch nicht verbiegen. Nein, nein. Also die dicken Weiden, die gehen schon ganz schön in die Finger. Bloß ich bin es jetzt schon gewohnt, weil ich es ja ständig mache. Also das ist für mich ein Thema. Am Anfang war das schon hart. Woher können Sie denn das Fleisch so gut? Ich habe es von meinem Vater gelernt. Und war dann auch noch in der Korbfachschule in Lichtenfeld. Wo kriegt man denn so Weiden heutzutage her? Wir haben die dann selber gebaut. Wir haben ein Feld bei uns zu Hause. Und da haben wir die Weiden angebaut. Geben Sie das auch mal weiter an Ihre Kinder? Also ist das auch so ein bisschen Herzblut vom Opa an den Papa an Sie? Ja, auch. Also ist das auch ein bisschen Verpflichtung? Also damals, als ich angefangen habe, war das eigentlich mehr so eine Verpflichtung. Ja, genau. Und für mich war klar, dass ich kein Barmacher wäre, weil mein Vater und Mutter, die haben also fünf Mädels erst gehabt und haben halt immer noch gekauft. Da wird endlich immer das Geschäft übernehmen. Da ist der Stammhalter gekommen und jetzt war klar, dass ich das weiter mache. Und ich habe gesehen, Sie haben ja einen Flügel im Laden stehen. Das ist ja auch etwas ganz Außergewöhnliches. Haben Sie keinen Platz zu Hause? Doch, ich hätte schon einen Platz. Bloß, ich habe den gerne da, weil das ist mein Hobby und ich komponiere selber ein bisschen. Und da brauche ich den, wenn ich gerade mal zum Beispiel beim Flechten bin oder so, dann kann es sein, dass ich das im Ohr habe und dann springe ich auf und setze mich am Flügel und setze das um. Ist ja toll. Spielen Sie für mich auch mal? Ja, gerne. Ja, was selbst komponiert ist, hätte ich gerne. Na dann, auf geht's. Kunden und Besuchern spielt Hans Weger seine Stücke auch gerne vor. Einfach fragen. chores. F Stunden. Tja. 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 astpo